Quartammer Was 1983 beschaulich begann, ist heute eines der größeren Garten- und Landschaftsbauunternehmen im Nordwesten Deutschlands. Wir, das Familienunternehmen Quartammer, ein über 100-köpfiges Team. Mit einer detaillierten Projektvorbereitung und unserer eigenen Baustellen-Logistik stellen wir unsere Leistungsfähigkeit bereits ab Projektstaatssicher. Dank unseres modernen und umfassenden Fuhr- und Maschinenparks bestücken wir Erdbauarbeiten und Bodentransporte. Als Verbandsmitglied engagieren wir uns aktiv für die Zukunftsfähigkeit der gesamten grünen Branche. Wir bilden Nachwuchs aus und legen als präqualifiziertes Unternehmen und Mitglied im Güteschutzkanalbau besonderen Wert auf die sichere und qualitativ hochwertige Ausführung unserer Arbeiten. Wir bei Quartammer haben höchste Ansprüche an die handwerkliche Ausführung unserer Leistungen und sind mit unserem starken Team in allen Bereichen fachlich gut aufgestellt. Der Einsatz digitaler Vermessungstechnik bildet auch eine Säule unseres Abrechnungswesens. Wir setzen auf Nachvollziehbarkeit durch Transparenz. Die enge Kommunikation zwischen Verwaltung und operativem Bereich bildet eine weitere Säule unseres Unternehmens. Beim Einkauf von Materialien und Pflanzen sind unsere regionalen Kontakte zu Baustoffhändlern, Baumschulen und Staudengärtnereien besonders wertvoll. Der fachlich fundierte Umgang mit Pflanzen und die optimale Vorbereitung der Vegetationsflächen sind für uns selbstverständlich. So sind beispielsweise auch Großbaumpflanzungen kein Problem für das Team Kuh. Auch die Übernahme der Gewährleistungs- und Entwicklungspflege der Pflanzungen inklusive bedarfsgerechter Wässerung sind Teil unseres umfangreichen Leistungsportfolios. Unsere Schlagkraft wird stets durch unsere betriebseigene Werkstatt gesichert. Die Digitalisierung verändert unsere täglichen Arbeitsabläufe. Arbeitszeiten werden digital erfasst und das Warenausgabesystem in unserem Lager sorgt automatisiert für Nachschub. In der Grünflächenpflege sind wir für zahlreiche öffentliche, gewerbliche und private Auftraggeber unterwegs. Wir kümmern uns in jeder Saison um gepflegte, wertige Parklandschaften, Wohnanlagen, freie Geh- und Radwege sowie Kraft- und Umspannwerke. Auch die zuverlässige Grauflächenpflege zählt zu unserem Leistungsspektrum. Wir schaffen den perfekten ersten Eindruck im Außenraum. Schwer zugängliches Gelände stellt für unser Team keine Hürde dar. Eine weitere Stärke beweist unser Team in luftigen Höhen. Die Ausführung von Baumpflegearbeiten führt uns hoch hinaus. Die unmittelbare Verwertung und spätere Umnutzung des Schnittguts ist hierbei Teil unseres nachhaltigen Konzepts. Wir sind in der Lage, Baumfellarbeiten jeglicher Größenordnung durchzuführen. Mit Muskelkraft und kleinen wie großen Maschinen gelingt uns in den Wintermonaten auch der Winterdienst für kommunale, private und gewerbliche Auftraggeber. Seit vielen Jahren sind wir VOL-zertifiziert und mit einem Nachunternehmernetz zuständig für Schneeräumung und Glättebekämpfung. 24-7 Die Übernahme der kompletten Verkehrssicherungspflicht und die Einrichtung einer Rufbereitschaft machen diese Sparte unseres Unternehmens vollständig. Wir bei Quadhammer sind ein starkes Team und Ihr starker Partner.